Sag es so, dass du es ernst meinst. 29. Januar 2023 Glaubenserklärung Ich erkläre, dass Gott alle Dinge zu meinem Besten macht. Er hat einen Gesamtplan für mein Leben. Es mag Dinge geben, die ich jetzt noch nicht verstehe, aber ich mache mir keine Sorgen. Ich weiß, dass noch nicht alle Teile vorhanden sind. Alles fügt sich zu meinem Besten zusammen, weil Gott mich liebt und ich nach seiner Bestimmung berufen bin. Ich sehe Gottes wunderbaren Plan, der mich an Orte bringt, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte. Dies ist meine Erklärung. Göttliche Gesundheitsbekenntnisse Gottes Wort ist in meinem Mund, schnell und mächtig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Mit meinen Worten schneide ich jede Situation ab, wie Gottes Bestimmung zuwiderläuft. Ich weigere mich, krank zu sein, denn das Leben Gottes ist in jedem Teil meines Körpers. Gesegnet sei Gott. Ich werde haben, was ich sage, in Jesu Namen. Ich bin stark. Ich bin gesund. Ich bin gesegnet. Ich bin reich. Ich bin kraftvoll. Ich bin gesalbt. Ich bin frei. Ich bin geliebt bei Gott. Ich bin geschätzt bei Gott und den Menschen. Ich spreche, was ich sehen will, nicht was ich sehe. Ich bin ein kostbarer Samen. Ich bin gepflanzt auf gutem Boden im Hause meines Gottes. Ich blühe wie der Palmbaum in den Gärten meines Herrn. Ich trage reichlich Frucht zu meiner Zeit. Ich bin voll von Saft und Grün im Herrn. Und selbst im Alter werde ich noch frisch und blühend sein. Mein Blatt verwelkt nicht. Und alles, was ich tue, gedeiht in Jesu Namen. Im Namen Jesu wird alles für mich gemacht. Ich bin ein Empfänger jeder geistlichen Segnung in Christus Jesus. Ich bin ein Geistwesen. Mein Geist hat eine Seele. Mein Geist und meine Seele leben in einem physischen Körper. Mein Geist befiehlt meiner Seele. Meine Seele hört zu, empfängt und gibt meinem Körper Anweisungen und mein Körper Gehorcht. Im Namen Jesu spreche ich zu meinem Körper. Das unzerstörbare Leben Gottes ist in meinem Leben immer sichtbar und ausgedrückt. Ich spreche Leben zu jedem Detail meines Körpers. Ich spreche zu meinem Verstand. Sei vollkommen wie der Verstand Christi. Und ich befehle dir, sei ausgerichtet durch das Wort Gottes. Ich spreche Leben zu meinen Sehnen und Nerven. Ich spreche Stärke zu meinen Muskeln und Bändern. Ich spreche Vitalität zu meinem Herzen. Ich spreche zu meinen Lungen und Geweben, um die normale Belüftung und das Durchblutungsverhältnis aufrecht zu erhalten. Ich spreche Perfektion zu meinen Nieren, meiner Leber und meiner Bauchspeichertrufe. Es ist Leben in jeder Zelle meines Gutes. Meine Knochen, Gelenke und Knorpel sind ausgerichtet stark und fest. Meine gesamten oberen und unteren Gliedmassen funktionieren exzellent. Meine Augen sehen klar und perfekt. Meine Ohren funktionieren optimal. Meine Haut ist glatt und gesund, wie die eines neugeborenen Babys und Gottes Schönheit. Meine Haarfollikel haben sich gestraft. Ich befehle meinen Haaren an Ort und Stelle zu bleiben. Und wo Wachstum nötig ist, lasse ich Wachstum in meine Haarfollikel. Meine Zähne, Zahnfleisch, Kieferknochen und die Nerven- und Blutversorgung sind alle gesund, stark und perfekt. Alle meine Hormone und neurochemischen Transmitter sind in perfekter Harmonie miteinander und führen ihre Funktionen normal aus. Mein Verdauungssystem ist in der Lage, alle aufgenommenen Nahrungsmittel zu verdauen, zu absorbieren und zu assimilieren. Und die Stoffwechselprodukte werden regelmäßig ausgeschieden. Ich nehme alle Arten von Süchten, Alkohol, Nikotin, Drogen, Bingen, übermäßiger Genuss in Bezug auf Essen, Technologie, Medien, Prokrastination, Klatsch, Faulheit, Verschlafen, Lethargie, zwanghaftes Kaufen und jede Art von übermäßigem Genuss in Gefangenschaft und in Gehorsam zu Christus. Wie Jesus ist, so bin ich. Alles, was Gott erschaffen hat, ist für mich Leben und Heilung. Deshalb haben Allergien gegen Nahrungsmittel, Staubtiere und so weiter keine Macht über mich. Denn Gott hat mir die Herrschaft über die ganze Erde gegeben. Mein Fortpflanzungssystem produziert und deponiert eine ausreichende Menge und gute Beweglichkeit der Spermien. Mein Fortpflanzungssystem produziert rechtzeitig Eizellen, schützt und ernährt den Fötus bis zur Geburt. Jedes Organ, jedes Gewebe meines Körpers funktioniert in der Vollkommenheit, zu der Gott es geschaffen hat, um zu funktionieren. Und ich verbiete jede Fehlfunktion und Missbildung in meinem Körper. In Jesu Namen, Amen. Ich befehle den elektrischen und chemischen Frequenzen, in jeder Zelle meines Körpers in Harmonie und im Gleichgewicht zu sein und die schlechten Zellen zu verdauen. Meine gesamte menschliche Anatomie, Stoffwechsel und Physiologie ist vollkommen in Christus Jesus' Herrlichkeit. Halleluja, Amen. Gott, der Vater, liebt mich. Ich weiß, ich weiß. Gott, der Sohn, liebt mich. Ich weiß, ich weiß. Gott, der Geist, liebt mich. Ich weiß, dass ich es weiß. Shalom. Gott, der Vater, liebt mich.